Herzlich Willkommen, mein Name ist Frank Kölmel von Brocade. Die Anforderungen an Datacenter steigen heute rasant. Scale your network without complexity. Wir von Brocade zeigen heute, wie Brocade, Ethernet Fabrics und Software-Defined Networking Sie unterstützen, Ihre Datacenter optimal auszurüsten. Wenn man heute Datacenter betrachtet, hat jeder IT-Leiter vier Punkte, die für ihn maßgeblich sind. Zum Ersten Kostenreduktion und Konsolidierung. Mit eingehender Virtualisierung werden Applikationen auf Hardware gebündelt, somit eine Kostenreduktion erreicht. Ein maximaler Grad an Virtualisierung wird heute gefordert, um Datacenter kostengünstig zu betreiben. Zum Zweiten Komplexität. Jeder IT-Leiter hat heute als Top-Priorität auf seiner Liste, die Komplexität zu minimieren und somit Applikationen schnell und einfach im Datacenter auszurollen. Zum Dritten, man muss schnell reagieren. Die Zeit, um Applikationen zu installieren, darf nur kurz sein. Wenn Sie heute Entwicklungsunternehmen betrachten, die schnell auf Veränderungen reagieren müssen, haben Sie maximal ein, zwei, drei Stunden Zeit, um Applikationen im Datacenter zu verändern oder neu zu installieren. Und zum Vierten, man muss sich messen mit den Service-Providern. Als IT-Leiter ist man kostengebunden, ist man gebunden an die Unternehmensausrichtung, muss sich jederzeit messen mit externen Dienstleistern. Was ist der Preis für den Service pro Benutzer? Diese vier Schlüsselfaktoren entwickeln maßgeblich eine neue Struktur für Datacenter. Bevor wir näher auf die Technologie eingehen, möchte ich Ihnen vorstellen, wie Brocade Communications entstanden ist. Brocade Communications wurde 1995 gegründet in einem kleinen Büro im Silicon Valley. 1997 wurde die Fabrik-Technologie erfunden und patentiert. In 1997 haben wir unser erstes Produkt, den Silkworm 1000, geliefert. 2006 wurden Chassis-basierende Fabrik-Produkte für Fiber Channel Sarn Storage Area Networking geliefert. Bereits 10.000 Produkte hatten wir an Endkunden ausgeliefert. 2008 hat Apple die Welt verändert. Apps verändern das tägliche Leben, im Privaten als auch im Geschäftlichen. Brocade hat zu diesem Zeitpunkt die Ethernet-Technologie in ihr Portfolio mit aufgenommen. 2010 hat Brocade zum ersten Mal Ethernet-Fabrik-Produkte auf den Markt gebracht. 2012 haben wir Viata akquiriert, ein führendes Unternehmen im Bereich Software-Divine-Networking, abgekürzt SDN. Brocade ist heute ein Unternehmen mit mehr als 4.000 Mitarbeitern und mehr als 2,2 Milliarden Dollar Umsatz. Ich möchte einige Punkte herausgreifen. Wir sind heute in mehr als 90 Prozent aller Data Center vertreten. Wir sind die Nummer 1 im Bereich Storage Area Networking Infrastruktur. Wir waren die Ersten, die Ethernet-Fabrik auf den Markt gebracht haben und haben heute mehr als 1.400 Kunden, die Ethernet-Fabriks erfolgreich einsetzen. Das Thema Software-Divine-Networking ist heute bei uns stark untermauert durch mehr als 1,3 Millionen Kunden, die heute schon Viata-Virtual-Router-Produkte von uns nutzen. Im Folgenden möchte ich gerne kurz auf die Technologien von Brocade eingehen. Fiber Channel ist unser Ursprung. Fiber Channel Fabrik liefert heute bis zu 16 Gigabit Durchsatz. Ethernet Fabrik ist aus der Technologie Fiber Channel Fabrik entstanden, liefert die gleichen Merkmale, aber eine wesentliche Erweiterung im Data Center. Geschwindigkeiten bis zu 100 Gig im Bereich High-End Routing, im Bereich Core, als auch Campus LAN, Wired und Wireless sind Bestandteile unseres Produktportfolios. Als Ergänzung Software-Defined Networking mit OpenFlow, OpenStack oder Software Networking liefert die gesamte Bandbreite, die heute ein Data Center benötigt. Der Trend zur Virtualisierung setzt sich fort. Wie Sie überall sehen, werden Server, Storage, Applikationen, Betriebssysteme, als auch Computing-Hardware virtualisiert. Was viele Unternehmen heute schon virtualisieren, werden wir als Brocade im Bereich Netzwerke umsetzen. Die Netzwerkinfrastruktur ist das nächste große Thema, welches virtualisiert wird. Der Trend zur Virtualisierung setzt sich fort. Hierzu einige Statistiken. In 2016 werden mehr als 82% aller Server virtualisiert sein. Der globale Cloud-Traffic wird sich verzwölffachen bis 2015. Die Daten verdoppeln sich jedes zweite Jahr. Mobile Devices sind heute Schlüssel zur Nutzung von Applikationen in Unternehmen. Mehr als 5 Milliarden Smartphones werden zwischen 2012 und 2016 verkauft und für mobile Applikationen in Unternehmen eingesetzt. Dagegen haben die IT-Abteilungen gleiche oder weniger Budgets und Ressourcen zur Verfügung. Im Folgenden möchte ich auf die Vorteile von Ethernet Fabrics eingehen. Zum Ersten Automatisierung. Wir integrieren uns einfach in virtuelle Umgebung. Keine Konfiguration notwendig. Das Management erfolgt direkt in der virtuellen Umgebung. Sie brauchen die Switches nicht zu konfigurieren, wenn Sie neue Links oder neue Ports dazufügen. Die Fabrik wird als einzige virtuelle Maschine gemanagt. Damit sind Sie fünfmal schneller, um ein Netzwerk zu konfigurieren. Zum Zweiten Effizienz. Die Netzwerk-Links werden vollständig ausgenutzt. Die Kapazität der gesamten Fabrik stellt Ihnen eine volle Bandbreite zur Verfügung. Dadurch nutzen Sie Ihr Netzwerk bis zu zweimal besser aus. Und zum Dritten die Cloud-Optimierung. Wenn Sie heute Cloud-Netze aufbauen, können Sie mit virtuellen Fabrics einfache Strukturen managen und erweitern. Sie können jederzeit neue Fabrics hinzufügen, um letztendlich die Performance zu optimieren. Sie können das wesentlich schneller und mit niedrigeren Kosten als mit herkömmlichen Lösungen. Die IT verändert sich heute schnell. Software-Defined Networking und Network Function Virtualization werden heute schon implementiert. Cloud-Computing verändert IT-Infrastruktur im Unternehmen. Ob Private oder Public Cloud, man muss sich anpassen. Kunden dagegen wollen offene Standards. Man will sich nicht auf einen Hersteller und damit auf eine Technologie festlegen. Automatisierung und Effizienz sind heute maßgeblich für eine moderne Datacenter-Infrastruktur. Network Fabrics sind heute verfügbar und werden implementiert. Nun beginnt das Jahrzehnt der Fabric. Die Zukunft Ihres Netzwerkes basiert auf Fabrics von Brocade. Für mehr Informationen gehen Sie bitte auf www.brocade.com. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.